Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mehr über eine faszinierende Hunderasse erfahren lassen, den Boston Terrier. Dies ist eine wunderbare und freundliche Hunderasse, die aus Amerika stammt. Boston Terrier sind mittelgroße Hunde mit einem kompakten Körperbau und kurzem, glattem Fell. Ihre charakteristische Farbe ist weiß mit schwarzen oder braunen Flecken, was ihnen ein einzigartiges und liebenswertes Aussehen verleiht. Sie haben auch charakteristische helle Augen, die ihre charmante und freundliche Natur widerspiegeln. Boston Terrier sind bekannt für ihre Energie und Lebhaftigkeit, aber gleichzeitig sind sie auch sehr liebevoll und familienorientiert. Sie genießen die Aufmerksamkeit und das Zusammensein mit ihren Besitzern sowie mit anderen Haustieren, weshalb sie sich hervorragend als Familienmitglieder eignen. Diese Hunde sind auch intelligent und leicht zu trainieren, daher können sie erfolgreich verschiedene Tricks und Befehle erlernen. Darüber hinaus lieben sie aktive Spiele und Spaziergänge, daher werden sie die Zeit mit ihren Besitzern sehr genießen. Wenn ihr nach einem süßen, freundlichen und energiegeladenen Hund sucht, ist der Boston Terrier definitiv eine großartige Wahl. Vergesst nicht, auf die Schaltfläche Like und Subscriber zu klicken, um weitere Informationen über Hunderassen und Hundepflege zu erhalten. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit.